Hallo, ich bin Bernd von wassersplatz.de und ich begrüße dich zum nächsten Film der Staffel Sehnsucht 2022. Heute bin ich mit Cornelia im D-Classé unterwegs. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Kurz nach 1 Uhr sind wir im Wasser und tauchen kurze Zeit später ab. Da heute keine Badegäste zu sehen waren, wollen wir mal Richtung Badestrand tauchen. Dieser Delfin markiert den Tauchereinstieg. Und der Chip macht Werbung fürs Dekobier. Ja. 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 Schösss. 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 Schuss! Wir sind bereits 20 Minuten unterwegs und dann erdigen wir diesen Hecht. Cornelia hat er wieder etwas entdeckt. Ein noch recht kleiner Hecht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nach 34 Minuten frage ich Cornelia, ob wir uns auf den Rückweg machen sollen. Wir tauchen nun einige Meter Höhe zurück. Ich habe wieder einen kleinen Echt entdeckt. Das ist ganz schön. Das ist so schön. Neben dem Motoren zu überwinden. Entdeckt den eine Flasenbremse. Schöne Unterwasserpflanzen und im Hintergrund ein weiterer Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach all den tollen Schwärmen haben wir hier mal wieder einen Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Und kurz vor unserem Einstieg ein weiterer Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier in weiterer Ferne mal ein Karpfen. Und dann sind wir nach 72 Minuten wieder an unserem Einstieg. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Wenn du uns bei unseren weiteren Tauchgängen begleiten willst, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.